Sachen suchen wie Massage, Griseur, Maniköpidik oder türkisches Hammam und viele weitere. Das Angebot kann man auskacken. Es gibt natürlich verschiedene Massagen. Dann kommen hier oben noch Massagenräume. Unten in den Bali-Häusern gibt es noch extra Massagen. Dann haben wir eine Bio-Sauna mit 60 Grad, eine finnische Sauna mit 100 bis 100 Grad. Jeden Tag haben wir zwei Aufgrüste, außer am Gardertag. Das ist morgen noch ein kleiner Aufgrüste. Das ist auch 17,38 Grad. Ein Halbwatt, wie ihr seht, 26 Grad Wassertemperatur. Man kann auch raus...